Hallo Freunde der Sonne und herzlich willkommen zu diesem nächsten Video. Ich habe heute die Buchneuerscheinungen für den Februar für euch und ich habe mir zuerst überlegt, ob ich vielleicht ein bisschen zu spät dran bin, weil schließlich haben wir schon nach Mitte Februar und es ist nicht mehr allzu viel vom Monat übrig. Aber ich muss sagen, ich habe super viele Bücher gefunden. Also ich glaube, wenn ich mich nicht verzählt habe, sind es 14 Stück. Und da habe ich mir gedacht, das kann ich euch irgendwie auch nicht vorenthalten. Ich möchte dazu noch ein Video drehen und vielleicht hat es ja auch was Vorteilhaftes, weil ihr den Großteil der Bücher, die ich gleich erwähnen werde, jetzt schon kaufen könnt. Das ist ja auch was Gutes und ja, ich habe mir einfach gedacht, ich reiche das noch nach und ich hoffe, ihr seht es mir nach, dass es dieses Mal ein bisschen später geworden ist. Ich war ja schon die letzten Male spät dran, aber jetzt ist es schon echt sehr, sehr spät. Es sind wieder sehr viele unterschiedliche Bücher dabei. Ich habe euch die Links wieder unten in die Infobox gepackt. Dieses Mal habe ich die Buchhandlung Klaus Bittner ausgewählt. Das ist eine Buchhandlung in Köln, die ich selbst sehr gerne besuche. Und ja, es würde mich freuen, wenn ihr da auch mal vorbeischaut, ein bisschen stöbert, weil das kann ich absolut empfehlen. Und dann würde ich sagen, wir verlieren nicht zu viel Zeit und starten direkt. Und zwar erscheint das erste Buch am 1. Februar. Es heißt, bevor der Kaffee kalt wird. Es erscheint im Knauer Verlag und der Autor heißt Kawaguchi. Es geht hier um vier Geschichten, die uns lernen, aus der Vergangenheit über die Zukunft zu lernen und den Blick nach vorn zu richten. In der Beschreibung steht, was wäre, wenn du in die Vergangenheit reisen könntest. Der Roman erzählt wohl die Legende von einem bestimmten Sessel in einem bestimmten Café in Japan. Und wer sich in diesen Sessel setzt, der darf zurück in die Vergangenheit. Aber nur so lange, bis der Kaffee kalt wird. Das Café hat einen bestimmten Namen und zieht sehr viele Menschen magisch an, weil sie eben das Bedürfnis verspüren, die Vergangenheit noch einmal zu durchleben. Und hier wird direkt die Frage an den Leser gerichtet, ob man selbst auch noch mal die Vergangenheit erleben wollen würde. Es erinnert wohl so ein bisschen an Das Café am Rande der Welt. Und ja, der Autor erzählt hier vier mitreisende Geschichten von Menschen, die eben in die Vergangenheit gereist sind. Die Motive waren absolut unterschiedlich, doch die gelernte Lektion ist dieselbe. Es ist egal, ob es um Versöhnung, um Vergebung oder neue Hoffnung geht. Das Leben wird sozusagen vorwärts gelebt und rückwärts verstanden. Es sind insgesamt eben diese vier Geschichten. Die erste Geschichte heißt die Liebenden, die zweite heißt das verheiratete Paar, die dritte heißt die Schwestern und die vierte heißt Mutter und Kind. Das heißt, es geht hier schon in gewisser Form um unterschiedliche Beziehungen. Ich mag es ja auch sehr gerne, wenn man mal zwischendurch so inspirierende Bücher liest, die ja einen weiterbringen, die einen zum Nachdenken anregen. Und dieses Buch scheint mir ein genau solches zu sein. Dann machen wir weiter mit einem Buch, was am 7. Februar erscheint. Und zwar heißt es Langeweile übermorgen. Der Verlag heißt Kremeyer und Cheriau. Ehrlich gesagt kenne ich den absolut gar nicht. Und ich werde wie immer versuchen, überall die Cover einzublenden. Aber vielleicht gelingt es mir nicht, weil ich auf den Seiten bisher noch nicht war und dann erst mal gucken muss, wo gibt es überhaupt ein Cover-Download und wo nicht. Das vielleicht erst mal noch so zur Erklärung. Die Autorin hier ist Isabella Feimer. Und es startet direkt mit einem Zitat in der Beschreibung. Und zwar, ein Mangel ist die Langeweile, egal aus welcher Perspektive man sie betrachtet. Auch der Wunsch nach einem tröstlichen Nichts, einem Fallenlassen und danach, dass man aufgefangen wird. Ja, es ist so, dass wir eben nichts mehr als Langeweile fürchten. Denn wir sollen, wir müssen, wir können. Und in einer Gesellschaft, in der Werte wie Produktivität, Geschwindigkeit und Erfolg sehr wichtig sind, ist man misstrauisch gegenüber Stille, gegenüber Langsamkeit oder auch dem Warten. Langeweile ist so gesehen ein leerer Raum ohne Ablenkung, den man füllen muss. Es ist eine verunsichernde Emotion, die man abschütteln möchte und eine Zeitspanne, die es zu überbrücken gilt. Die Autorin setzt sich so gesehen dem Experiment Langeweile bewusst aus und durchlebt sie mit all ihren Sinnen. Also sie überlegt, wie schmeckt, wie riecht, wie klingt Langeweile. Und sie möchte eben auch wissen, wann sich dieses Nichtstun in Wut wandelt und wann Kreativität. Ja, bei diesem Experiment lässt sie wirklich ihren Gedanken, ihren Wünschen, Ideen, Erinnerungen und so weiter freien Lauf und stemmt sich Wort für Wort gegen dieses Diktat der ständigen Selbstoptimierung. Und letztlich landet sie an einem Ort, an dem alles möglich ist. Für mich persönlich hört sich das super an, weil ich mir immer denke, dass wir uns selbst halt auch einen wahnsinnigen Druck machen, dass wir denken, wir müssen immer besser, immer schneller werden. Und dabei vergisst man dann dazwischen auch wirklich zu leben und sich die Zeit für sich zu nehmen. Ich finde, das ist schon in unserer Zeit ein sehr bekanntes und häufiges Phänomen. Und deswegen glaube ich, dass es ein gutes Buch sein könnte, was so ein bisschen zum Entschleunigen einlädt, zum Nachdenken, zum Reflektieren und so weiter. Und vielleicht auch dazu, dass man einfach mal wirklich, was ja auch das Thema des Buches ist, nichts tut und damit vielleicht sogar weiterkommt, als wenn man ständig nur unter Anspannung und Druck arbeitet. Also ich glaube, wenn das toll umgesetzt ist, ich finde es schön, dass die Autorin sich diesem Selbstexperiment unterworfen hat, so gesehen, aber wenn es wirklich gut umgesetzt wurde, dann kann das echt ein Highlight werden. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Dann geht es weiter mit Meine Schwester, erscheint am 10. Februar im Kiepenheuer & Witsch Verlag und die Autorin ist Bettina Fliedner. Die Frage, welcher sich dieses Buch widmet, ist, kann ein Buch einen Lebensschmerz überwinden? Und die Antwort lautet wohl, ja. Man muss sagen, dass es ein autobiografisches Werk ist, das heißt, es hat nochmal so ein bisschen eine andere Gewichtung. Es geht eben um die Autorin selbst. Sie ist Fotografin und vor einigen Jahren hat sie vom Suizid ihrer geliebten Schwester erfahren. Das Ganze war natürlich mit Schock, mit Lähmung, Verzweiflung verbunden. Doch dann hat sie sich dazu entschieden, ihre Geschichte zu erzählen. Es ist wohl ein sehr bewegender, meisterhafter Text. Ja, ein Buch der Befreiung auch in gewisser Form. Und sie hat eben auch aufgrund ihres Berufs, weil sie ja Fotografin ist, einen sehr geschulten Blick, mit welchem sie auch voller Hingabe, Witz und Traurigkeit erzählt. Und sie beschreibt da ihre innige Geschwisterbeziehung. Sie haben eben ihre Kindheit in den 70er Jahren verbracht, waren auf der Waldorfschule. Sie erinnert sich an ihre charismatischen Großeltern, darunter ein berühmter Reformpädagoge. Sie spricht über ihren Vater und über ihre Zeit in New York. Dort hat sie ein Jahr verbracht. Aber auch über ihre Ferien in Capri, die ersten Liebesabenteuer und so weiter und so fort. Und danach widmet sie sich dann aber auch den ersten Rissen. Also zum Beispiel der Überforderung der Kinder durch das Leben der Eltern, die Flucht der Mutter in die Depression, die unerfüllbaren Berufserwartungen der Eltern an die Töchter. Also alles wird sozusagen abgedeckt, das komplette Leben. Das Ganze ist natürlich auch ein mutiger Schritt, dass sie sich diesen Gespenstern der Vergangenheit stellt und sich ja auch von diesen befreien möchte, um letztlich auch den Tod eines geliebten Menschen verarbeiten zu können. Und gerade weil das ja auch so ein Thema ist, worüber keiner spricht, was für viele noch ein Tabu ist, finde ich es gut, dass sie darüber geschrieben hat und vielleicht auch anderen Menschen Mut macht. Das könnte ich mir zumindest sehr gut vorstellen. Ihr ist ja auf jeden Fall etwas sehr Schreckliches passiert. Es ist natürlich ein einschneidendes Erlebnis, wenn jemand aus dem nächsten Umkreis Suizid begeht und ich finde es toll, wenn Menschen so mutig sind und ihre Geschichte diesbezüglich erzählen und könnte mir dementsprechend sehr gut vorstellen, dass es eine bereichernde Lektüre ist. Dann geht es weiter mit einem Roman, den ich jetzt bei Instagram schon ganz, ganz häufig gesehen habe und zwar Butter. Er erscheint am 14. Februar im Blumenbar Verlag, der glaube ich mittlerweile zum Aufbau Verlag gehört. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Die Autorin heißt Asako Yosuke und es sei wohl ein Roman über Genuss, Lebenskunst und die Geschichte einer weiblichen Befreiung. Es soll etwas an die Vegetarierin von Hankang erinnern und an Muratas Ladenhüterin, das heißt für alle Fans dieser Autorinnen. Könnte das ja auch was sein. Es geht um Rika, sie ist eine junge Journalistin in Tokio und sie recherchiert über die Serienmörderin Kashi-i. Sie hat Männer mit ihren Kochkünsten verführt und anschließend umgebracht. Die Mörderin behauptet, sie verabscheut nichts mehr als Margarine und Feministinnen und hat eine ausgeprägte Leidenschaft für hemmungslosen Genuss und insbesondere Butter. Jetzt sitzt sie im Gefängnis und sie empfängt Rika nur unter der Bedingung, dass sie ausschließlich über ihre Kochkünste sprechen. Und für Rika werden diese Begegnungen mit der Mörderin zu einer Meisterklasse der Lebenskunst. Es ist wohl ein Roman, der Genuss, Essen und Trinken feiert, aber vor allem die unmöglichen Erwartungen thematisiert, die an Frauen in patriarchalischen Gesellschaften heute gestellt werden. Es ist wohl ein Buch, was einen sofort in seinen Bann zieht und man kann nicht anders, als es einfach durchzulesen direkt. Ich muss sagen, dass es sich für mich wieder so ein bisschen seltsam anhört, also vor allem auch schon der Titel und diese Thematik Essen und Trinken. Ich weiß gar nicht, wo das hinführen soll. Ich muss aber auch ehrlich sagen, dass ich ja auch die Vegetarierin sehr seltsam fand und zu Beginn gar nicht wusste, wie ich das einzuordnen habe. Und trotzdem war es aber für mich ein sehr tolles Leseerlebnis, das ich definitiv nicht missen möchte, sodass ich denke, das könnte schon auch sehr besonders speziell sein. Ich habe noch keine Rezension dazu gelesen, obwohl es die mittlerweile mit Sicherheit auch schon gibt und da muss ich auf jeden Fall mal einen Blick drauf werfen, in welche Richtung das Ganze geht. Falls ihr es schon gelesen habt, schreibt es gerne unten in die Kommentare, das würde mich sehr interessieren. Dann machen wir weiter mit Dein falsches Herz, erscheint am 14. Februar im Goldman Verlag und die Autorin ist Stephanie Scott. Ein letzter Sommertag am Strand und ein liebevolles Lächeln ist all das, was der Tokioter Anwältin Sumiko von ihrer geliebten Mutter geblieben ist. Nach dem Tod der Mutter wuchs sie bei ihrem Großvater auf und hat nie wirklich genaueres über Rinas Schicksal erfahren. Aber Jahre später erhält sie einen mysteriösen Anruf, der ihre Neugier weckt. Und ab dem Zeitpunkt macht sie sich auf die Suche nach der wahren Geschichte ihrer Mutter und was sie letztlich findet, ist eine große verbotene Liebe, ein tragischer Verrat und der Hinweis auf ein furchtbares Verbrechen. Wenn man das jetzt so liest, dann könnte das halt so alles oder nichts sein, deswegen kommt es stark darauf an, wie es umgesetzt ist. Aber ich finde, es bietet eben schon sehr viel Potenzial letztlich, weil man ja so gesehen die komplette Geschichte einer Person erzählen kann, was nicht nur Aufschluss über die Mutter gibt, sondern eben auch unserer Protagonistin hilft, sich selbst besser zu verstehen und zu erfahren, wo sie herkommt. Dann zu einem Roman, den ich auf Instagram auch schon sehr häufig gesehen habe. Und zwar ist das GINS. Er erscheint am 14. Februar im Hansa Verlag. Die Autorin ist Fatma Aydemir und es handelt sich hier um einen großen Familienroman. Als Zitat stand hier, ihr Sound hat eine Wucht, die abwechselnd ins Herz und in die Magengrube geht, was sich ja schon mal sehr vielversprechend anhört. Und es geht hier um Hüseyin, der 30 Jahre lang in Deutschland gearbeitet hat und sich nun endlich den Traum erfüllt, ja, eine Eigentumswohnung in Istanbul zu haben. Am Tag des Einzugs erleidet er jedoch einen Herzinfarkt und stirbt daran. Zur Beerdigung reist ihm seine Familie aus Deutschland nach. Und ja, dieser Familienroman bzw. Gesellschaftsroman erzählt von sechs grundverschiedenen Menschen, die zufällig miteinander verwandt sind. Und sie alle haben eigenes Gepäck dabei. Also Geheimnisse, Wünsche, Wunden. Aber es vereint sie trotzdem ein bestimmtes Gefühl. Und zwar, dass sie in Hüseyins Wohnung jemand beobachtet. Und ja, Jins fragt wohl nach dem Gebilde Familie, richtet den Blick tief hinein in die Geschichte der vergangenen Jahrzehnte und weit voraus. Also es scheint wohl sehr viel abzudecken. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass es auch ein bisschen Kultur abdeckt und ja, eben ganz, ganz unterschiedliche Personen. Also es bietet natürlich auch eine Menge Erzählpotenzial. Und ich habe bisher wirklich sehr, sehr, sehr viel Gutes gehört. Also da gab es schon so ein paar kleine Teaser, sodass ich mir vorstellen kann, dass das vielleicht einen kleinen Hype auslösen könnte. Aber wir werden es sehen. Und dann geht es weiter mit einem Roman, der ebenfalls am 14. Februar erschienen ist. Und zwar Stürzen, Liegen, Stehen erscheint im Liebeskind Verlag. Und der Autor ist John McGregor. Wir befinden uns hier an einem Ort, der mich sehr anspricht. Und zwar reisen drei Männer zur Station K auf Alexander Island in der Antarktis. Es sind zwei junge Geowissenschaftler, die die veraltete Kartografierung auf den neuesten Stand bringen sollen. Und dann ist auch noch Robert Wright dabei. Er ist so gesehen der Stationsleiter. Sie sind dann auf einer Exkursion und geraten in einen schweren Sturm, bei dem es zu einer Katastrophe kommt. Die drei Männer verlieren im dichten Schneetreiben Sichtkontakt. Plötzlich ist jeder nur noch auf sich allein gestellt. Zunächst schafft es nur Robert zurück zur Station. Und ja, dort angekommen reagiert er auf keinerlei Funksprüche der beiden anderen. Und er fordert auch keine Hilfe bei der Basisstation an. Obwohl das eigentlich das Notfallprotokoll so vorsieht. Robert wird dann evakuiert und kommt in ein Krankenhaus in Santiago de Chile. Und seine Frau reist ihm dann nach Südamerika nach, um ihn nach Hause zu begleiten. Sie muss daraufhin ihren Job aufgeben und sich um ihren Mann kümmern, weil er eben pflegebedürftig ist. Er hat infolge dieser dramatischen Ereignisse sein Sprachvermögen verloren. Und niemand scheint zu wissen, was passiert ist. Der Einzige, der es weiß, ist eben Robert. Nur er könnte darüber Aufschluss geben. Ich finde, dass dieser Klappentext sehr viele Fragen aufwirft. Ich weiß zum Beispiel nicht, ob die anderen heil zurückkommen. Weil in der Beschreibung steht ja, dass es zunächst nur Robert schafft. Aber dieses Zunächst klingt eigentlich so, dass der Rest dann auch noch irgendwie ankommt. Aber wenn das der Fall ist, warum können sie nicht erzählen, was passiert ist? Also es kann ja offenbar nur Robert. Das finde ich dann auch schon wieder so komisch. Also es interessiert mich sehr, ob da vielleicht noch was Zwischenmenschliches abgelaufen ist. Oder ob es dann wirklich nur äußere Gewalteinwirkung war durch den Sturm. Das glaube ich ehrlich gesagt nicht. Das wäre so ein bisschen zu einfach. Und ja, mich persönlich hat es total angesprochen, muss ich ehrlich sagen. Und vor allem halt auch die Umgebung, in der er spielt. Dann geht es weiter mit einem Roman, der am 16. Februar erschienen ist. Er heißt Das Vorkommnis. Der Verlag ist der DTV-Verlag und die Autorin ist Julia Schoch. Es geht hier wohl um Lebenslinien, Liebeslinien und Liebesmuster. Wir begleiten hier eine Frau, die von einer Fremden angesprochen wird. Die behauptet, sie hätten beide denselben Vater. Die Begegnung bleibt zwar nur flüchtig, aber es löst eine Menge an Emotionen aus. Fragen drängen sich auf über Ehe und Mutterschaft, über Adoption und andere Familiengeheimnisse. Und ja, über das Thema Wahrheit überhaupt. Die Autorin, die wohl eine der eindrücklichsten Stimmen autofiktionalen Erzählens ist, erzählt hier von einem Leben, das urplötzlich eine andere Richtung bekommt. Es soll fesseln und klarsichtig sein und den Leser wirklich in den Strudel ungeheuerlicher Dinge hineinziehen, die gleichzeitig auch alltäglich sind. Es soll eine große Tiefe und Schönheit beinhalten und ein wundervolles Werk sein. Habe ich mir auch gedacht, klar, wenn jetzt einfach so ein Fremder zu jemandem kommen würde und sagen würde, wir haben denselben Vater. Ich weiß nicht, was das in einem auslösen würde. Ich glaube, zu Beginn würde man dann auch erst mal denken, ja, was soll das? Das kann gar nicht sein. Glaube ich nicht. Aber ich denke trotzdem, dass das eine Menge in einem auslöst. Weil warum sollte jemand das einfach behaupten, ist vielleicht doch was dran? Und dann stellt man natürlich alles in Frage. Weil wenn man noch nie vorher was in diese Richtung gehört hat, dann klingt es ja so, als würde man ein Leben führen, das vielleicht nicht 100% wahr ist, bei dem Geheimnisse eben bestehen, die man lösen möchte. Und da wäre ich sehr gespannt in diesem Buch, was das in der Protagonistin auslöst und wie sie damit umgeht. Ob sie dann wirklich anfängt zu recherchieren, Fragen zu stellen und ob sie am Schluss dann vor allem ein Ergebnis bekommt. Dann zu einem Buch, was am 22. Februar erscheint. Es heißt Fallstudie. Erscheint im Kampa Verlag und das klingt so, so gut, finde ich. Es startet mit einem Zitat in der Beschreibung und zwar Zwei Jahre vor diesem Zitat, also im Herbst 1963, ist Veronica am Bridge Approach in Kempten von einer Überführung gesprungen und wurde von einem Zug erfasst. Niemand hätte ihr das jemals zugetraut, am wenigsten ihre Schwester, von der dieses Zitat stammt. Und so wird sie bei Dr. Braithwaite, also das ist Veronikas charismatischer Therapeut, vorstellig, allerdings unter falschem Namen. Sie stellt sich als sehr aufgewühlte Patientin mit dem Namen Rebecca Smith oder Smythe vor. Sie ist entschlossen, dass sie dieser seltsamen Beziehung zwischen ihrer Schwester und Braithwaite auf den Grund geht und die Umstände des Selbstmords ihrer Schwester erfährt. Nun ist zum einen die Frage, ob der Psychologe erkennen wird, dass es sich hierbei um ihre Schwester handelt oder ob er ihr diese Darstellung abnimmt. Es ist wohl ein hochspannendes Katz-und-Maus-Spiel zwischen einem Therapeuten und seiner Patientin. Und man fragt sich, was ist wahr, was ist Täuschung, wem glaubt man? Und ja, das ist einfach, finde ich, von der Grundthematik super spannend, weil ein Therapeut natürlich von seiner Stellung per se, beziehungsweise von seiner Position, natürlich eigentlich eine sehr vertrauenswürdige Person ist. Und hier gerät man natürlich schon ein bisschen ins Zweifeln. Warum denkt ihre Schwester, dass er damit etwas zu tun haben könnte? Wer bildet sich was ein? Wer spielt hier ein falsches Spiel? Ich mag das immer wirklich total, wenn man eben so Positionen oder Protagonisten nimmt, die eigentlich eine vertrauenswürdige Stellung haben, die man dann im Anschluss hinterfragt. Weil ich glaube, es ist auch im echten Leben ganz oft so, leider. Also es gibt ja auch solche Fälle, dass man ja bei Menschen mit einer gewissen Stellung, vielleicht mit einem bestimmten Beruf und so weiter, ein Verbrechen niemals erwarten würde. Und dann ist es aber doch so, weil sich ja diese Menschen überall tummeln, so gesehen. Vielleicht habe ich auch zu viele Thriller gelesen. Ich denke da gerade an Die Gute Seele von John Mars. Aber es gibt ja auch tatsächlich solche Fälle. Von daher finde ich super spannend und ist definitiv eines meiner Highlights der Bücher, die ich hier gerade vorstelle. Dann geht es weiter mit einem Genre, was ich eigentlich ja eher gar nicht vorstelle. Aber in dem Fall mache ich eine Ausnahme, weil ich weiß, dass der Autor total viele Anhänger hat. Und mit Sicherheit auch zu Recht, weil seine Ideen klingen immer grandios. So auch diese. Und zwar heißt das neue Buch Roxy. Ein kurzer Rausch, ein langer Schmerz. Erscheint am 23. Februar im Fischer Verlag. Und die Autoren sind Neil Shusterman und Jared Shusterman. Hier begegnet Isaac, der überirdisch schönen Roxy. Sie zieht ihn sofort in ihren Bann. Er fühlt sich lebendig wie nie. Alles ist leicht und nicht scheint unmöglich. Er ahnt jedoch nicht, dass Roxy kein normales Mädchen ist, sondern eine Droge. Hergestellt in einem Labor, um die Menschen von ihrem Schmerz zu befreien. Finde ich schon mal, also es klingt so, so gut. Und ja, Millionen Menschen lieben sie dafür. Doch das ist Roxy nicht genug. Sie will beweisen, wie tödlich sie ist. Ja, es handelt sich hier eben um einen Fantasy-Thriller, der ein hochaktuelles Thema abdeckt. Und zwar, ja, die toxische Liebesgeschichte zwischen Mensch und Droge. Man hat hier eben so diesen Gegenspieler immer zwischen, ja, schillerndem Zustand und, ja, dieser Gefährlichkeit in gewisser Form. Und das Ganze ist aus der Perspektive der Droge erzählt. Also man muss sich als Leser vorstellen, dass die Drogen Menschen wie du und ich wären. Und hier geht es eben um die Frage, was würden sie fühlen, denken? Und wovon würden sie heimlich träumen? Also das klingt mega, mega gut, wie ich finde. Dann geht es weiter mit Tell, was am 23. Februar im Diogenes Verlag erscheint. Und der Autor ist Joachim B. Schmidt, der mit Sicherheit schon vielen von euch begegnet ist. Er greift so gesehen nach den Schweizer Kronjuwelen und macht aus der Tell-Saga einen Page-Turner. So gesehen ein Thriller, ein Ereignis. Es gibt 100 schnelle Sequenzen und 20 verschiedene Protagonisten, die, ja, dem explosiven Showdown entgegenjagen. Es ist keine Nach- oder Neuerzählung, sondern es wird als Blockbuster in Buchform bezeichnet. Und ja, es ist ja wohl wirklich so, dass der Autor eine neue, moderne Version dieser alten Saga rund um Wilhelm Tell geschrieben hat. Und Tell ist eben ein sehr wortkarger und seltsamer Mensch, der am liebsten für sich bleibt. Und anderen Leuten begegnet er sehr argwöhnisch. Er muss wie alle anderen Bewohner des Tals vor den Habsburgern flüchten. Und ja, da nimmt so die Geschichte ihren Lauf. Also, ihr kennt sie ja vielleicht. Und da würde mich mal sehr interessieren, was der Autor daraus gemacht hat. Also, es ist wohl wirklich so, dass hier 20 verschiedene Protagonisten ihre Sicht der Dinge erzählen. Und der Leser erfährt super viel über das Leben in der damaligen Zeit. Und es soll sehr spannend geschrieben sein. Hat schon einige Leser wohl angesprochen, wie ich gesehen habe. Und deswegen habe ich es auch mit aufgenommen. Dann geht es weiter mit einem anderen Autor, von dem ebenfalls viele schon geschwärmt haben. Von ihm ist das Buch Vertrauen ab dem 23. Februar erhältlich im Diogenes Verlag. Und zwar handelt es sich um Dror Mishani, der ja auch durch drei bekannt wurde. Das habe ich auch noch hier. Es soll ja auch ein super geniales Buch sein. Wir befinden uns hier in einem Vorort von Tel Aviv. Dort wird vor einem Krankenhaus ein Neugeborenes gefunden. Und am selben Tag verschwindet wohl ein Tourist und lässt sein Gepäck im Hotelzimmer zurück. Der Inspektor Afraham hat genug von Bagatellfällen und häuslichen Dramen. Und deswegen möchte er sich auf diesen rätselhaften Vermisstenfall stürzen. Doch er merkt schon bald, dass auch das private Sprengstoff birgt. Und er gerät in ein Labyrinth aus Gewalt und Täuschung, das ihn bis nach Paris führt. Ja, anscheinend soll der Autor ja auch super spannend schreiben. Also von drei waren sehr viele begeistert. Ich glaube, es gab auch einige, die es nicht mochten. Da gab es auch nur diese zwei Lager. Aber ich habe mir gedacht, das könnte einige interessieren. Dann geht es weiter mit Ich, Ellen. Das ist ein Roman von der Autorin von Die Farbe von Milch. Erscheint am 24. Februar. Ich habe die Farbe von Milch ja schon gelesen und fand das damals ganz gut. Das war kein Highlight, aber es hat mir trotzdem gut gefallen. Es erscheint im Eisele Verlag. Die Beschreibung startet mit Ich bin, was ich bin. Wir befinden uns in England im Jahr 1573. Und Ellen wächst in armen Verhältnissen auf. Sie kennt nichts außer der harten Feldarbeit, bis sie eines Tages ihre Gabe entdeckt und merkt, dass es außerhalb ihrer Welt noch eine andere gibt. Und diese möchte sie um jeden Preis kennenlernen. Und am Ende steht sie vor der Frage, wer sie sein will und was sie wirklich ist. Mich erinnert das schon so ein bisschen an die Farbe von Milch, muss ich ehrlich sagen. Da ging es ja auch um ein Mädchen. Und ich muss sagen, wenn ich so diese Beschreibung lese, dann bekomme ich dieses Gefühl, was ich damals bei der Lektüre hatte, schon wieder so ein bisschen zurück. Und zuletzt habe ich noch eine Biografie für euch. Das ist vielleicht nicht für jedermann etwas. Mich persönlich interessiert es sehr. Und zwar von Jack Kerouac. Spricht man ihn so aus? Ich glaube schon, grob zumindest. Er erscheint am 28. Februar im Goldman Verlag. Und die Autorin ist Nicola Badolo. Jack Kerouac ist, ja, so gesehen der erste Popliterat der weltweiten Literaturgeschichte. Er ist der einflussreichste Vertreter der Beat-Generation. Und zugleich auch der Namensgeber. Man kennt ihn wahrscheinlich von On the Road. Das Buch habe ich auch hier. Ich merke immer, ich habe einige Bücher hier, die ich noch nicht gelesen habe und unbedingt lesen muss. Im Zentrum seiner Werke stehen Rastlosigkeit, Lebenshunger, Freiheitsdrang, Visionen, die Suche nach Erleuchtung, nach einem besseren und helleren Leben. Wobei dieses in der Realität vom Alkohol zerstört wurde. Und ja, sein Werk umfasst eben Romane, Gedichte, Tagebücher, Theaterstücke, Essays, Briefe und Gemälde. Er hat große Bedeutung für andere Schriftsteller, darunter zum Beispiel T.C. Boyle, aber auch für Künstler wie Patty Smith oder Johnny Depp. Und das ist eben so gesehen die erste deutschsprachige Biografie, passend zu seinem 100. Geburtstag, der ja im März 2022 ist. Und er zeigt nicht nur den Lebensweg von ihm auf, sondern auch seine eigene Sprache. Und zeigt auch die Reise von seinen ersten Misserfolgen bis eben zum Durchbruch mit On the Road. Das ist so gesehen das Manifest der Beat-Generation. Und ich persönlich finde das super spannend. Ich würde jetzt eher On the Road zuerst lesen wollen, aber nichtsdestotrotz glaube ich, dass man hier auch wirklich eine Menge für sich mitnehmen kann, wenn man sich dafür interessiert. Ja, das waren all die Bücher, die ich euch vorstellen wollte. Also ich glaube, es waren jetzt wirklich 14 Stück. Eine ganze Menge. Der Februar war ein guter Büchermonat. Für mich umso schwerer, weil ich ja immer noch meinen Kaufstopp habe. Aber ihr ja oder vielleicht der Großteil von euch nicht. Von daher ist vielleicht was für euch dabei gewesen. Falls ja, schreibt das gerne unten in die Kommentare. Oder falls ihr andere Neuerscheinungen auf dem Schirm habt für Februar, dann auch gerne in die Kommentare. Da kann jeder von profitieren. Und dann wünsche ich euch einen schönen Tag oder Abend, je nachdem wann ihr das Video guckt. Und bis ganz bald. Macht's gut. Tschüss.